Hallo liebe Liebenden und Buon Giorno könnte man sagen, denn in diesem Video geht es um Labo Cosmetica und weil der Valentinstag kurz bevor steht, hat sich Labo Cosmetica gedacht, machen wir doch eine coole Valentinstag Aktion und das ist genau das, worauf ich euch in diesem Video hinweisen möchte. In den nächsten Tagen gibt es auf die Labo Cosmetica Produkte einen ordentlichen Rabatt bei unserem Partnershop Waschguru. Schaut da also gerne mal rein und ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, wenn ihr sowieso mal die Produkte von Labo Cosmetica ausprobieren wolltet, das jetzt zu tun, weil jetzt lohnt es sich sogar finanziell, weil man da ein bisschen was sparen kann. Am Dienstag, am 14. Februar, also am Valentinstag selbst, wird Sebastian dann nochmal eine spezielle Aktion für euch machen. Da kommt ein separates Video, da könnt ihr euch also jetzt schon drauf freuen. Um euch da so ein bisschen auch Tipps zu geben, welche Produkte es sich vielleicht besonders lohnt, mal anzuschauen, wollte ich euch einen kurzen Einblick und vor allem ein paar Produktempfehlungen meinerseits geben. Grundsätzlich muss ich euch Folgendes sagen, ich habe noch kein einziges Produkt von Labo Cosmetica ausprobiert oder gefunden, das nicht funktioniert hätte und das insbesondere die Produktversprechen nicht eingehalten hätte. Und das ist mittlerweile auf dem Autopflegemarkt eine echte Seltenheit geworden. Noch dazu ist es so, dass hinter Labo Cosmetica mit dem Mafra Konzern ein Unternehmen steht, was gerade in Bezug auf Forschung und Entwicklung sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ich würde sagen, ähnlich gut, wenn nicht sogar gleich gut aufgestellt ist, wie beispielsweise Sonax oder Dr. Wack. Das heißt, ihr kriegt hier auch Produkte, wo sich der Hersteller Gedanken gemacht hat. Teilweise arbeitet der Mafra Konzern und insbesondere hier in der Labo Cosmetica Reihe direkt mit Automobilherstellern zusammen, wo dann eben auch Hersteller von sehr hochwertigen, teuren und exklusiven Fahrzeugen aus dem italienischen Raum auf Mafra und auf Labo Cosmetica zugehen, sagen, wir haben hier eine spezielle Herausforderung, könnt ihr uns hier ein Produkt entwerfen, was wir unseren Kunden an die Hand geben können, was vor allem sicher ist. Gerade das Thema Materialverträglichkeit beispielsweise wird bei Labo Cosmetica groß geschrieben. Einzelne Produkte haben sogar eine Freigabe vom VDA erhalten, was wirklich, wirklich eine Seltenheit in der Autopflegeszene ist. Das heißt, ihr kriegt hier Produkte, wie soll ich das sagen, über die sich Leute Gedanken gemacht haben und wo es eben nicht einfach nur darum geht zu sagen, ja, ich glaube, die Leute wollen im Moment gerade ein saures Shampoo, also geben wir denen einfach ein saures Shampoo, sondern da steht echte Forschung und Entwicklung dahinter. Und das merkt man auch an den Produkten. Insbesondere merkt man es aus meiner Sicht, jetzt gehen wir zu den Produktempfehlungen über, bei der Reinigungskimie, weil da ist es wirklich so, jedes einzelne Produkt, das ich ausprobiert habe, ist extrem gut darin, die Reinigungsleistung zu erzeugen, die es eben erzeugen soll. Und das Schöne bei Labo Cosmetica ist, dass wir es meistens mit Spezialreinigern zu tun haben, die aber dann in diesem Bereich unglaublich stark sind. Der Flugrostentferner beispielsweise funktioniert extrem gut. Labo Cosmetica hat aber dann nochmal ein Spezialprodukt, wenn es um die Entfernung von Verrußungen an Auspuffanlagen geht. Das ist, ja, wie soll ich sagen, eine Paste, die man einpinselt und die man dann wirken lässt. Und Labo Cosmetica gibt dort beispielsweise eine sehr sinnvolle Empfehlung an, dass die sagen, pro gefahrene Kilometer soll man die Chemikalie so und so lange einwirken lassen. Das ist wunderbar einfach, das ist für jeden verständlich und auch die funktioniert extrem gut. Der Kalkfleckenentferner, der Energo, funktioniert unglaublich gut, muss man aber dazu sagen, ist eine Waffe. Das heißt, den würde ich wirklich nur verwenden, wenn ich es mit extrem eingebrannten Kalkflecken oder Wasserflecken zu tun habe. Auf einer Keramikversiegelung, ich als letztes Mittel, wenn man sowieso danach davon ausgehen müsste, dass man die Keramik neu auftragen müsste, kann man den versuchen, aber der haut schon extrem rein, chemisch gesehen. Also die ganze Reinigungschemie, unglaublich gut. Der Veritas, der Entfetter, den man verdünnen kann, der entfettet halt wirklich saumäßig stark, lüftet auch von selbst sehr, sehr gut ab. Ebenfalls ein Produkt, das ich euch empfehlen kann. Den DAG-Teil, den All-Purpose-Cleaner oder den APC, wunderbares Produkt, kann mit einem Koch-Chemie-Greenstar oder mit einem Sonax-Multistar definitiv mithalten. Und dann, ich glaube, also, ja nicht, ich glaube, für mich persönlich, die Highlight-Produkte sind diese drei hier, die zusammen das sogenannte 3-PH-System von Labo-Kosmetiker bilden. Was ist das 3-PH-System? Ist eigentlich ganz einfach und schnell erklärt. Es geht hier um die Vorreinigung bzw. Hauptwäsche beim Auto. Und Labo-Kosmetiker sagt eben, es gibt verschiedene Verschmutzungen am Auto. Und je nachdem, welche Verschmutzung wir entfernen wollen, müssen wir unterschiedliche Chemie mit unterschiedlichen daraus resultierenden pH-Werten verwenden. Vorreinigung, das heißt, hier geht es vor allem darum, den Traffic-Film zu entfernen. Und in erster Linie ist das oftmals halt organischer Schmutz. Das heißt, alles, was mal irgendwann gelebt hat, verrottet ist und jetzt auf dem Auto drauf ist. Da nimmt man dann eben den Primus. Das ist ein Vorreiniger, den ihr entweder in der Schaumkanone verwenden könnt. Der funktioniert dort auch sehr, sehr gut und bleibt schön lange auf dem Auto drauf. Oder ihr könnt ihn in einem Pump-Sprüher verwenden, entsprechend der Vorgaben von Labo-Kosmetiker, was die Verdünnung angeht. Erster Schritt, Vorreinigung, Primus. Dann geht es, nachdem wir das abgespült haben, an die Hauptwäsche. Hier verwenden wir das pH-neutrale Semper Auto Shampoo. Bringt einen sehr edlen, nicht übertriebenen, parfümartigen Geruch mit sich. Ich bin normalerweise nicht jemand, der auf parfümartige Gerüche steht. Das ist aber sehr edel gewählt und nicht, das ist kein Moschusbomber, nennen wir es mal so. pH-neutral, damit wascht ihr euer Auto. Und dann geht es noch darum, wenn wir jetzt noch anorganische Verschmutzungen auf dem Auto drauf haben, also alles, was nicht gelebt hat, das sind vor allem mineralische Ablagerungen, dann verwenden wir jetzt noch den Purifika. Und das ist eben ein sehr stark saurer Reiniger, der im Ausgangszustand unverdünnt irgendwo beim pH-Wert zwischen 0 und 1 liegt. Und der deswegen, auch wenn ihr ihn verdünnt, im Wascheimer entweder oder separat wieder in den Pumpsprüher, das wäre meine Empfehlung, weil dann holt ihr das meiste hier heraus, dann könnt ihr diese mineralischen Ablagerungen entfernen. Bei einer normalen, standardmäßigen und regelmäßig durchgeführten Autowäsche wäre es ein Overkill, wenn ihr dieses 3-pH-System immer und immer wieder anwendet. Selbst wenn die Sachen relativ materialsicher sind, ich würde es euch schlichtweg nicht empfehlen. Vor allem dann nicht, wenn ihr ein versiegeltes Auto habt, wo eine schwächere Form der Versiegelung drauf ist, ein Quick Detailer, natürliches Wachs beispielsweise. Dann einfach nur das pH-neutrale Autoshampoo verwenden. Wenn ihr aber ein keramikversiegeltes Auto habt, dann funktioniert das 3-pH-System sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Dann könnt ihr gerade hier wirklich regelmäßig den Primus als Vorreiniger und das Semper, das Autoshampoo, verwenden. Und dann, wenn ihr merkt, dass die Keramikversiegelung nicht mehr ganz so schön abperlt, wie sie eigentlich am Anfang abgeperlt hat, vor allem die typischen Stellen an den Türen, die unteren Karosseriekanten an der Seite. Wenn ihr da merkt, das perlt nicht mehr so schön, dann würde ich wirklich mal empfehlen, verwendet den Purifika. Tragt den wirklich mit einem Pumpsprüher auf, unterstützt den auch zusätzlich mit dem Waschhandschuh. In der Regel ist es so, dass die Keramikversiegelungen mit der Zeit, gerade wenn man sie selten, wenn man sie nicht so oft wäscht, wenn man in einem Industriegebiet beispielsweise wohnt, dass man mit der Keramikversiegelung dann irgendwann Probleme kriegt und sie perlt nicht mehr ganz so richtig. Meistens bedeutet das aber nicht, dass die Keramik weg ist, sondern dass sie einfach mit mineralischen Ablagerungen zugesetzt ist. Und deswegen kommt dann da der Purifika ins Spiel und den könnt ihr euch da wirklich mal ausprobieren. Für professionelle Aufbereiter unter euch, die es regelmäßig mit solchen Fahrzeugen zu tun haben, die ihr Keramik versiegelt habt, dann kommt der Kunde und sagt, das perlt nicht mehr ganz so schön, ist das eigentlich fast schon ein Pflichtprodukt. Ja, es gibt noch andere Produkte von anderen Herstellern, die ähnliches können, das FX Protect Arctic Ice beispielsweise oder das CarPro D-Scale oder das CarPro Spotless. Ich persönlich finde aber, nach allem, was ich ausprobiert habe, gibt es kein anderes Produkt, was so stark und effizient darin ist, die Keramiken wieder freizuwaschen, wie das Labo Cosmetica Purifika. Und deswegen sind diese drei Produkte hier, das 3-PH-System von Labo Cosmetica, eine definitive Empfehlung für euch, wenn ihr es mit solchen Verschmutzungen, wenn ihr es mit solchen Anwendungsfällen zu tun habt. Ich kann euch aber auch den perfekter Quick Detailer beispielsweise, der funktioniert ebenfalls sehr, sehr stark. Wenn ihr jemand seid, der vor allem auf Lackglätte steht und der dann dafür auf ein bisschen Abperlverhalten verzichten kann, der sollte sich unbedingt das Cupido anschauen. Das Besondere am Cupido ist, dass er diese initiale Lackglätte, die es nach dem Auftrag erzeugt, relativ lange aufrechterhält. Also nochmal, wenn alles, was ihr wollt oder wenn es hauptsächlich die Lackglätte ist, die ihr wollt, dann könnt ihr euch die Cupido Sprühversiegelung gerne einmal anschauen, weil beim Thema Lackglätte ist das ganz, ganz, ganz oben mit dabei als Produkt. Und dann zu guter Letzt möchte ich euch auch den Omnia 2.0, den Innenraumreiniger oder Innenraumdetailer empfehlen, den ihr auf allen Oberflächen anwenden könnt, der einen sehr angenehmen Duft mit sich bringt, der sicher in der Anwendung ist und der vor allem auch sehr angenehm in der Anwendung ist. Das wären so die Produkte, die ich euch empfehlen kann und möchte. Selbstverständlich schauen wir uns all diese Produkte mal noch in einem Video an und zeigen euch da auch, dass sie gut funktionieren. Wenn es aber jetzt darum geht, dass ihr von dieser Aktion profitieren wollt, dann wollte ich euch hier ein paar persönliche Produktempfehlungen mitgeben. Wenn ihr die Produkte von Labo Kosmetika selbst schon ausprobiert habt, dann schreibt uns das doch unten in die Kommentare von diesem Video, weil dann können wir gemeinsam von euren Erfahrungen profitieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da und schaltet zum nächsten Video wieder ein. Servus! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!